Jo Leute, willkommen zurück bei BIK. Hier sind Massa und Granadi und wir spielen jetzt Know Your Bro. Das bedeutet, wir bekommen jetzt Fragen bestellt und zwar beziehen sich die Fragen immer bloß auf einen von uns. Also wird zum Beispiel gefragt, was ist Dennis Lieblingsfarbe? Dennis schreibt seine Lieblingsfarbe auf und ich muss probieren, die gleiche Farbe aufzuschreiben. Das wird sicherlich gut werden. Was ist Massas Lieblingsuntergrund? Okay, ready? Ready. Okay, weiß ich, was du hast? Road. Ich glaube, ein ist dasselbe Wort benutzt. Ja, okay, 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 okay. Was willst du sonst bedenken? Das war relativ einfach eigentlich. Straße. Ja, ich mag alles andere nicht. Einfach nur Straße, Tag, Fun, Skill, Trick. Das ist einfach das Beste, was es gibt. Was ist Granadis höchstes TMGL-Placement? Ich glaube... Müsste raten, haben wir auch die richtige Antwort parat. Saison geschrieben. Fünfter. Ich habe siebenter bis neunter. Also doch nicht so gut. Ich glaube, ich war nur einmal Playoffs und das war in meiner ersten Season, also Fall 2021. Und dann war ich direkt in der ersten Runde raus, weil ich irgendwie 15 Runden im Finalist-Modus festhing. Oh, dann kommen wir wieder zum anderen Quiz, das wir vielleicht schon gezeigt haben oder zeigen werden. Choke. Keine Ahnung, was du jetzt schon wieder meinst. Okay. Was ist Massas meistgespielte Spiel neben Track Mania? Schreibt man das überhaupt? Also... Zwei Buch... Vier Buchstaben? Ja. Mehr, mehr, mehr einen Tipp kriegst du nicht. Ja. Also eigentlich... Ja. Ich habe mit Bindestrich geschrieben, bin ich komplett lost, Alter. Ja, das ist gut. Alles gut. Wenn das das Ziel ist, Go-Team-Seed. Leute, nehmt's nicht schlagen. Und so übel, er spielt nicht viel Counter-Store. Du hast nur ein bisschen, ne? Ich habe 500, 600 Stunden oder so. Ich glaube, ich habe 8K fast. Das ist eigentlich echt krass, ja. Ja. Ich glaube, ich war mal MG2. Okay. Also, das glaube ich nicht so gut, oder? Kenne ich gefühlt fast gar nicht mehr. Nee, das ist irgendwie so Mitte... Ja, das ist... Das ist nach Golden Over. Aber das ist, glaube ich, schon Above Average, weil die meisten Andys, die hängen halt in Silverfest. Ja, ja. Da war ich schon drüber. Ja, ja. Was ist Granadis Lieblingsmusik-Genre? Also, eigentlich hörst du immer alles. Ah, wobei... Ich höre immer alles. Eigentlich... Wir könnten nach... Naja, wir könnten nach dem gehen, was ich am meisten höre. Ich... 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 Ich hoffe, man schreibt das so. Ich denke schon. Sonst bin ich ein bisschen troll. Sonst müssen wir einen zweiten Take machen. Alles erster Take hier. Okay, ich muss leider zwei was aufschreiben, weil... Okay. Okay. Ich bin schon ready. Ah, ich wusste nämlich, dass... Ich habe... Wolle mir nämlich ziemlich sicher, dass du das nimmst. Ja, weil es halt... Auf deinem Stream hast du meistens eigentlich das am Laufen. DnB... Entweder DnB oder halt die klassische No Copyrights on Music. Und das ist halt eher so EDM. Aber halt auch bisschen DnB. Ja, das ist eigentlich so DnB-Mix. Das ist so eine Müschung. Ja, ja. In meinem Spotify-Rückblick steht immer drauf Gaming-EDM. Das ist mein favorite Genre. Okay. Aber... Zählt. War eigentlich ziemlich gut. Eigentlich ziemlich gut, ja. Wir kennen uns ein bisschen. Ein bisschen. Was ist Massas Lieblingsreiseziel? Nicht Frankreich. Mein Lieblingsreiseziel? Also eigentlich... Da habe ich wirklich null Ahnung. Ja, das Ding ist ja, wir sind doch am Anfang unserer Beziehung. Mal schauen, was wir alles noch so... Ja, wir werden uns noch näher kennen an den nächsten Tagen. Ich würde Leute sagen, ist die Hose voll gemacht. Okay, boah. Ich glaube... Warte mal. Okay, ich habe... Ich glaube nicht, dass du es erraten wirst. Nee, glaube ich auch nicht. Aber ich habe eine Begründung für meins. Okay. Okay. Was ist denn deine Begründung? Also meine Begründung ist nämlich dein favorite Musikgenre. Ja. Weil du immer so amerikanischem Rapper hast und deswegen... Ja. Einfach Legenden. Wir kennen uns schon. Ich würde gerne mal so New York sehen, Miami und so. Das interessiert mich einfach. Was ist Granadis Lieblingsgetriebe? Also eigentlich ist es auch clear, wenn man deine Streams schaut. Also ich schreibe, ich schreibe jetzt. Ich habe mehrere. Ich schreibe jetzt. Darf ich noch mal aufschreiben? Bestimmt, oder? Oder muss ich eins aufschreiben? Ich schreibe sogar die Marke mit auf. Wenn du... Okay. Okay, warte, warte, warte. Mehr sage ich nicht. Nur die Geschmacksrichtung habe ich nicht. Ready? Warte, ja, ja. Ich bin gespannt, ob du das hast. Was hast du denn? Alter, bist du so gut. Siehst du, wir kennen uns. Ja. Hallo. Es ist aber nicht das Einzige. Also den Eistee, den feiere ich richtig. Aber Red Bull ist sehr geil. Und Club Mate finde ich auch noch ganz nice. Er wurde nicht dazu gezwungen. Also das sagt der wirklich gerade. Nee, wirklich. Aus freien Zügen. Ganz klar. Ja. Ganz klar. Was ist Massas Lieblingsauto im Real Life? Ich weiß es nicht. Ist das dein Lieblingsauto? Warte, Leute. Ich kann nicht schreiben. Mein eigenes Auto. Oh. Oh. Ja, also das wollte ich ja sowieso schreiben. Das hätte ich, ich hätte es wirklich geschrieben, ja. Ja. Oder ich habe mich auch aus dem Richter aufgeschrieben. Ja, okay. Ja, ganz klar. War schon immer mein... Ich habe erst überlegt, ob du vielleicht eher als Sex oder so cooler findest. Aber jeden Tag, du das nicht hast, weil zu teuer oder so. War schon immer mein Trauma-Auto wegen Fünfzylinder und es klingt einfach nice. Das hast du mir auch erzählt. Ich habe das Zeit der Kindheit gefeiert und dann habe ich mir irgendwann den, ja, Traum erfüllt. Ich glaube, das hast du mir auch erzählt, dass wir nach Hamburg gefahren sind. Ja. Die Story. Genau, ja. Wir sind ja schon zusammen gefahren auf Lahn, deswegen... Wir waren sehr schnell da. Kann sein, dass es da auch diesen einen Blitzer gab aus dem anderen Quiz. Ja, aber das ist eine andere Story. Ja, das ist eine andere Story. Wann und mit welchem Trackmania hat Granady angefangen? So, da raten wir mal ein Jahr. Ah, wenn du raten musst, wirst du es wahrscheinlich nicht... Na, mal gucken. Also, ich bin mir zu sehr sicher, dass ich es nicht erraten habe. Beides nicht. Also, beides nicht. Schauen wir mal an. Na ja. 2007, Trackmania Original. Okay. Das ist das allererste Trackmania von 2003 kam das, glaube ich, raus. Ja. Und da habe ich halt das erste Mal gespielt. Da war ich halt gerade mal sechs Jahre alt. Aber mein Vati hat das damals gespielt. Und deswegen habe ich mit Trackmania angefangen. Okay, okay, okay. Not bad. Keine Ahnung. Finde ich ehrlich. Und mit welchem Trackmania hat Massa angefangen? Okay, ich bin auch ready. Ich bin mir nicht sicher, ob es Ende 09 war oder Anfang 10. 10 habe ich das Spiel schon gespielt mit einem Mate immer. Aber mit einem IRL Mate. Und wir haben meistens immer nur Nations gespielt oder dieses Bay. Bay heißt es, glaube ich. Ja, ja, ja. Genau. Also, ich habe eigentlich mit Nations Strich... Also, eigentlich ist es United Forever, aber da ist halt Nations mit enthalten. Ja. Also, Nations und Bay habe ich so immer am Anfang just for fun gespielt. Und ich dachte halt, es ist der Vorgänger quasi. Ja, aber ich habe das nicht gespielt dem Vorgänger. Also, wirklich nie. Und ich glaube, das Spiel müsste doch ein bisschen älter sein. Aber... Also, das ist von 2006 und United ist von 2008, glaube ich. Ja, dann kommt 2009 hin. Das kommt 2009. Ja, das kann sein, ja. Ja. Ja, war schwer. Aber mussten beide nicht voneinander. Ich bin selber nicht so ganz sicher. Aber es müsste eigentlich 2019 sein. Wann ist Granadi gebrochen? Moment. Das weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Komplett clueless. Keine Ahnung. Soll ich irgendeinen... Ich kann nicht mein Datum mehr aufreißen. Ich wüsste es bei dir auch absolut null. Ich bräuchte noch eine Karte, Moderator. Nein, Spaß beiseite. Weißt du, das Jahr? Nein. Absolut. Keine Ahnung. Ja brauche ich auch noch. Das Jahr könntest du eigentlich wissen aus einer vorherigen Frage. Ah, da kam eine Karte angeflogen, Leute. Hm. Gute Frage. So, und ich schreibe jetzt irgendeinen Branden Datum auf. Also, wenn ich Monat oder Tag erreiche, dann ist es eigentlich schon krass. Also... Wenn du komplett trätst, dann wäre es sick. Ready? Also, es ist wirklich nur raten. Ja, 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 du siehst auf jeden Fall zwei Jahre jünger aus. Nee, nee, nicht älter, sorry. Schon jünger. Das habe ich jetzt nicht so gemeint, natürlich. Ja, keine Ahnung, bin ich ganz ehrlich. Du wüsstest wahrscheinlich meinst du auch nicht, oder? Nö. Also, absolut keine Ahnung. Das werden wir uns irgendwann nochmal merken. Ja, das ist auch schon leider das Ende der Episode Know Your Bro. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier. Zusammen mit Nico Granadi. Ja, probiert vielleicht mal selber aus, ob ihr irgendwas wisst von uns. Habt ihr irgendwelche Antworten richtig? Wie viele habt ihr richtig? Lasst einen Kommentar da. Und ja, bis zur nächsten Episode. Make sure to hit the like button, comment and ring the bell. Okay, bis zum nächsten Mal. Okay, bis zum nächsten Mal.